Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute mal wieder das Topmodel Malbuch und unsere liebe Elsa, die Eiskönigin. Ich habe mir nämlich etwas total Verrücktes überlegt. Wie würde wohl Elsa aussehen, wenn sie eine Meerjungfrau wäre? Also keine Eiskönigin, sondern eine Meerjungfrau, vielleicht sogar eine Eismährjungfrau. Das finde ich spannend und ich werde mir das einfach jetzt mal hier aufmalen, so wie ich mir die vorstelle als Meerjungfrau. Vielleicht möchtet ihr dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So ihr Lieben, mein Bild von Elsa ist jetzt fertig. Und ich glaube, ihr könnt es schon gut erkennen. Sie hat auch lange blonde Haare und da rein eingeflochten sind so Strähnen und das sind so kleine Eiskristalle, die da eingeflochten sind. Sie hat ein silberfarbenes, kühles Oberteil, ein Bikinioberteil und natürlich eine blaue Flosse und da unten ist auch ein bisschen Silber und auf der Flosse ist natürlich auch nochmal ein Eiskristall. Also eine Mischung aus einer Meerjungfrau und einer Meerjungfrau. Könnt ihr euch vorstellen? Wenn ja, schreibt es gerne unten rein, schreibt gerne, wie ihr euch die liebe Elsa vorstellt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut sonst auch unsere anderen Videos. Vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen. Vielleicht schreibt ihr mal doch mal, wie würde Barbie als Meerjungfrau aussehen oder wie würde Rotkäppchen als Eiskönigin aussehen. Also irgendwelche verrückten Kombinationen, vielleicht habt ihr ja coole Ideen. Schreibt es gerne unten rein. Ja, schaut unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!